Hallo meine Damen und Herren, es ist uns wieder gerade zu einem neuen Video. Von genauer Leute, heute machen wir ein Rappen-Race und danach ein Fight, immer, Freunde. Und zwar mit Kalle. Kalle. So, Kalle, bist du in deinem Race? Bist du schon runtergejumpt? Nee, ich bin nach oben. Okay, dann lass uns reinsliden. Es gibt immer neue, verschiedene Waffen, Freunde. Und wir sliden immer und holen dann die Waffen, die wir bekommen. MK7, unsichtbarkeitshandschuhe und den Zapplerfisch. Und dann geht's rein, und zwar in den Fight, Kalle. Und wir haben... Oh, ich bin neben dir, ich bin neben dir, chill. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, wir sind in deinem Team, Kalle. Vergiss nicht, hier sind auch Randoms dabei. Ich bin wieder da. Lass die weghauen. Nice! Okay. Okay, hier ist ein bisschen Schwitzer unterwegs, Kalle. Bin ich dir ehrlich. Digga, die bauen alle. Ja, normal. Er hat auch zwei gekriegt. Aber, ich hab dich gehauen. Noch einer, noch einer. Die sliden immer wieder rein, wenn man stirbt. Okay, Kalle, wir müssen hier gute Punktzahl eliminieren. Wir sind in deinem Team. Wir zerfetzen die jetzt. Er baut, er baut, er baut. Er weiß aber nicht, dass ich ohne Mann bin, Digga. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. War das der? Ich hab den, der auch nicht geschossen hat, von hinten. Hier ist noch einer, hier ist noch einer irgendwo. War where? Das ist eine gute Frage. Where is there? Where are you? Kalle, ich glaub, wir müssen auch uns aufs Maul hauen. Ich bin dir ehrlich, die haben alle rausgekickt. Die anderen haben keinen Bock mehr. Nein, Digga! Wie? Digga, wie? Alles gut. Wir müssen uns aufs Maul hauen. Alles gut. Ich hab eine andere Slide jetzt. Okay. Wilde Pump. Oh, nee. Falsche SMG. Äh, AUG. Die Pistol und den Fisch. Okay, ich bin, ich hab wildes Loadout. Nicht so gut wie davor, aber wild. Okay. Die sind rausgeragequitted, Bro. Wir sind nur noch zu dritt mit irgendeinem. Das hatte, glaub ich, nur fünf Spieler oder so. Macht sich unsichtbar. Du Ehrenlose, hast du mir geklaut, ne? Ich hab den gesniped, was für geklaut. Wo bist du? Er snipet da hinten in der Ecke und chillt in der Ecke. Kalle, du bist wirklich ein schöner Mensch. Du bist wunderschön. Ja. Du kleiner Hund, Digga. Es ist so befriedigend. Warte ab, Digga. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, es gibt kein schöner Gefühls, oh du Mann, zu snipen. Du wirst jetzt so weggehauen, ne? Oh du Mann. Batman-Bogen, Bro. Geh schlafen. Ja, du kriegst jetzt schlafen. Warte, ich schick den kurz schlafen. Ja, ja, siehlt. Dann schick ich dich mit dem Bogen schlafen, Digga. Wo bist du? Du schickst mich gar nichts, Digga, gar nichts. Wo ist Kalle? In meiner Ecke. Wo sonst? Komm. Geh schlafen. Wie oft hab ich dich schon gekillt? Einmal. Zweimal. Zweimal. Egal, kriegst du jetzt alles zurück, mein Freund. Niemals. Ah, okay. Ich hab ein gutes Lowdown. Er kriegt jetzt aufs Maul. Er kriegt aufs Maul! Maul. Ich bin einfach der Wildeste, Digga. Digga, ich bin so ein Fahrrad grad, Bro. Leute, wir haben davor grad noch eine Aufnahme mit anderen aufgenommen. Mit so, irgend so ganz komischen Maps. Schaut ihr euch auch an. Okay, wilde Pump. Ah, SMG. Uh, skr. Ah, wieder den Bogen und den Gottschild. Du bist am Arsch, Kalle. Du bist am Arsch. Sag ich dir, wie es ist. Komm nur an, Kalle. Oh, wie er sich hielt. Digga, du hast safe an, ne? Woher willst du wissen, wo ich bin? Keine Schlafung. Jetzt schick ich dir an, nur noch schlafen. Er hat doch geklappt, Bro. Er boxt sich ein, Digga. Oh so, Mann. Hallo, can you hear me? Ja, ja, warte. Ich hab grad wilden Fight gegen den. Hast du? Ich hatte wilden Fight. Er baut sich da hoch. Er baut plötzlich Dings Eiffelturm. Bro, er hat mich kopfst. Boah, Digga, Kalle hat... Er hat die Uhrzeit-Pumpgun, du ekliger. Oh mein Gott, bist du eklig. Okay. Er hat noch schlimmere Waffen, Digga. Ich hab wieder meine... Okay, wir nehmen jetzt mal wieder MK7 und jetzt nehmen wir einen Raketenwerfer und wieder God Slurp und wir gehen rein. Kalle ist jetzt am Arsch. Digga, ich bin dir ehrlich, der hat noch ekligeren Loadout, als ich gehabt hatte. Ja? Hm. Jetzt glaub ich den gleichen, wie ich's gefühlt. Guck mal, wie Kalle hinter mir kommt. Ja, aber doch nicht absichtlich. Ich bin doch dein Freund. Oh Mann, Mann. Hey. Oh. So denk's auch, gell? So ekel. Oh, man kriegt Leben dazu. Man ist ja full life. Das ist sehr gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Die Map bockt. Die Map ist... Oh mein Gott, du hast gar keine... Oh, du meinst, geh einfach jetzt schlafen. Okay? Hast du meine Drachen-Odem, sei ehrlich? Das ist meine Drachen-Odem, Digga. Was darfst du? Du hast keine Chance. Nee. Aber als Drachen-Odem, du hast eh keine Chance, Kalle. Komm, was nach dem Ding machen? Bis drei. Ich muss den kurz weg, Opsen. Er baut halt nur noch, Digga. Du weißt, dass Drachen-Odem-Beer-Better-Royal drin ist und ich zeige dir die Spiele? Ja, aber du schlecht. Kannst du kurz nachladen? Das ist nicht gar nichts, Junge. Oh mein Gott, nein. Loser. Hä, wo ist der? Digga, der kommt jetzt wieder irgendwo angesneed. Okay. Das war aber nur Glück. Oh, man hat schon. Das muss ich so aufs Maul kriegen jetzt. Kalle ist für mich jetzt am Arsch, Jungs. Ich sag euch, wie es ist. Ich kriege immer das gleiche Loadout. Warum? Sag mal. Ich bin die ganze Zeit im gleichen Dings. Der random hielt sich, ne? No, 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 Dings. Wie hielt der sich? Wir sind hier ehrenlos, Fight, Bro. Hier geht's um Mutters Ehre. Ja, geht es? Du willst Mutters Ehre? Okay, bam. Er hat nur das Ehre genommen. Kalle, Maul? Wo ist der Randy? Wo ist der Randy? Du hast mir auch aufs Maul bekommen. Also kommt der jetzt erst noch. Da, da, jumpt der. Jumping all around. Jump, 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 jump in. Odoman kriegt aufs Maul. Jumping all around. BAM! Kalle, Digga! In dein Gesicht, Junge! Oh du Mann, wollen wir kurz festhalten. Wir beide haben 10 Kills. Es sind eigentlich keine guten Spieler und er hat einen. Digga, das ist so krass. Er kriegt so aufs Maul, Bro. Und ich sag euch ehrlich, Kalle spielt zwar viel Battle Royale, ich in letzter Zeit grad gar nicht, Leute. Aber er kriegt halt übel aufs Maul. Er übertreibt komplett seine Lage. Guck mal, er hat so aufs Maul, Digga, er kriegt so aufs Maul. Hat er random, Bro? Kalle, du grüßt jetzt auch aufs Maul. Ich weiß, dass er so random war. Das war auch nicht auf dich gemeint. Wo bist du? Mit deiner popeligen Sniper irgendwo, hm? Guck mal. Von über dir Headshot. Ey, ich brauch ne Sniper, Leute. Ich brauch ne Sniper. Ich muss Kalle so hopsen. Du bist schlecht, Bro. Du bist so schlecht, Digga. Okay, okay. Die und... Oh mein Gott. Okay, die ist gut. Nein, ich musste Splashen. Kalle auch gestickt? Ne, doch nicht. Willst du wirklich Sniper Fight? Ja. Deine Killt halt, meine Killt halt nicht. Ja, Steine Killt nicht. Deine macht ein bisschen Damage. Hä? Du sagst Sniper Fight schießt mit AR, hä? Du baust wie so'n Bob der Paumeister. Hä? Soll ich ihm nix stehen und du hast Cover, hä? Also Kalle, also Leute. Könnt ihr mir zustimmen, dass Kalle einfach lost ist grad? Zieh mir kurz 15 Sekunden Chak Chak rein, Digga. Gönn dir. Ich zieh mir kurz ein Chak Chak rein, Bro. Digga, Chak Chak ist auch der größte Troll. Alter, das ist so ein Troll-Item, wirklich. Ich würde Sniper Fight machen, bin ich dir ehrlich? Ich hab auch keine Sniper. Danke, jetzt hab ich das Sniper bestimmt. Geh schlafen? Einfach geschlafen. Er kriegt jetzt mit Sniper aufs Maul. Leute, wir müssen zwar ein bisschen mehr anstrengend, weil man hat wieder den richtigen Höhlenflug gerade. Aus Maul, aus Maul, aus Maul. Einen Shot noch und der ist tot, aber er hielt sich jetzt, der Ehrenlose. Ich muss mir den kurz holen gehen, Kalle. Lass mich ganz kurz. Littnock. Wie ich ihn schon gehört hab. Guck mal, wie Kalle muckt. Wie Kalle muckt, Digga. Hast du meinen Kehl geklaut? Nein. Erenloser. Erenlos! Erenlos! Egal, wir sind trotzdem Erster und es ist sogar neuer in die Runde reingekommen, Leute. Das ist für Erster, wir haben beide 30 Kills. Achso, ich war Erster. Wir nehmen die, wir nehmen die und nehmen die hier. Okay, das ist ein wildes Loadout. Jetzt ist er am Arsch. Jetzt ist er am Arsch. Jetzt ist er am Arsch, Bro. Ja, Taman, beide auf mich. Was habt ihr euch zusammengetan oder was? Danke. Der schießt mir den Rücken. Okay. Okay. Das ist noch einer. Das ist noch einer jetzt. Der geht jetzt so aufs Maul. Oh, Digga. Der bechmet uns, Bro. Ich hab den gerade gehopst. Oh, oh. Er hat mich und den anderen übelst gebechmet. Okay, wir gehen weiter. Das Loadout. Das hier mit der Sgar. Okay, wir haben wieder durchs gleiche Loadout. Hab ihn wieder. Digga. Okay. Wer ist er? Ich bin Erster. Er ist geküttet. Er ist geküttet. Er ist halt echt geküttet. Ne, das war der andere, der geküttet ist. Er kommt hinter mir. Natürlich. Wie ein Rentier. Oder er hat noch ein Rentier. Digga. Genau. Er ist auch Müll. Erster Platz. So ein Ding ist das. Galle. Was für Erster Platz, Digga. Wir haben gleich viele Kills. Was war was? Ich stehe bei mir ganz oben. Pech. Für mich ist das Erster Platz. Ja. Ja, komm jetzt. Dann bin ich eh auf dem Ersten, Bro. Barbara. So. Barbara. Wo ist der andere Kollege? Er ist unsichtbar. Er hat mich richtig erschrocken, der Hund. So, Kalle. Was los? Ich weiß nicht, was er ein Dach baut. Ich habe mein Bein nicht im Kopf. Lass mich kurz nachladen. 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 Das ist Feind, Junge. Du hast gewuckt, Junge. Erster Platz. Erster Platz. Du wirst nie wieder den Ersten sehen, mein Freund. Glaubst du? Nie wieder. Muckst du? Der Typ ist wildiger. Er ist no-scoped und so. Ist so. So, Kalle. Komm. Komm. Bus bauen. Es hat ein dreckiges Sniper. Weißt du gar nicht. Natürlich. Das ist immer so. Guck. Warte mal ganz kurz. Nein, der hat mich gerungen. Der war nur für dich, Kalle. Danke, Bro. Wo ist er? Er kann auch sein, dass er unsichtbar ist, ne? Er hatte vorhin den Globes. Mach's hier vorne so Faxen. Dein Bauen. Digga, oh du Mann. Digga, oh du Mann. Digga, oh du Mann. Was? Was stimmt nicht mit dir? Warte, ich hole kurz den Randy. Kurste den Randy, Digga. Ich habe kurz den Randy geholt. Mit Sturmsucher-Sniper kill ich dich, Bro. Niemals. Wenn du damit killst, dann traurig. Komm. Komm. Geh wieder mit der Sturmsucher-Sniper. Nachladen. Er kommt jetzt bei mir. Ich muss ihn kurz. Kalle hat geklaut. Ehre, wieder Bull-Life. Er hat geklaut und ist Bull-Life, Digga. Egal, Kalle immer noch nicht erster. Egal, 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 Leute. Digga, ich würde da, ich habe die ekligste Müll-Pump der Welt. Digga, muss halt gut sein, Kalle. Kannst auch mit einer Müll-Pump stark sein. Ich habe auch die Müll-Pump. Nicht die, die ich hab, Bro. Trust me. Ich hab die mit dem, die nur eine Kuppel schießt, so auf einen direkten Ding. Auflad-Pump. Ich hab die hier. Diese. Wo man nix betrifft. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Was wird das? Was wird das? Wie du heilst dich? Wie? Er ist geklaut, weil er schlecht ist und jetzt kriegst du auch Small 1 gegen 1, Kalle. Der letzte Dings. Lass mich dich... Okay. Mein letztes Loadout an Kalle. An Kalle. An Kalle. Aber nur an mich ist das letzte Lotout von dir. Oh, nein, 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 nein! Ich hab nicht die Waffe bekommen, die ich wollte! Och, ne! Oh, nein! Wie schlimm! Okay. Wo bist du, Fett McWapsspeck? Boah, das ist ein wilder Spitzname. Da bist du also. Digga. Ich baue doch grad voll das schöne Haus. Ich baue ein Biorektat. Was willst du, Kalle? Bio, Bio, Biochips. Guck mal. Guck mal. Er ist der Meister von Camping, Bruder! Digga. Du hast Highground und nennst mich Meister auf Camping? Ich bin Meister auf Steafing, Digga. Noch trauriger. Du bist so aus Small, Digga. 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 Kalle regt mich richtig auf, Leute. Ich sage euch dieses. Du bist so am Arsch. Du bist so am Arsch, Kalle. Komm. Scheiße. Hier muss dieses To-Load-Out und gewinnt. Das ist trotzdem noch ein letzter, Digga. Das ist trotzdem noch ein letzter, Digga. Wo bist du, Mann? Komm. Dann krieg ich dich damit. Ich sitze eh wieder von hinten. Hey, du pusht mich doch gerade. Warum komm ich dann von hinten? Achso, ich dachte, das wäre von hinten das Haus. Ich bin hier drin. Ey, brüßt du? Warum springst du runter? Oh, schade von dir. Wo bist du, Kalle? Mach den Auto, Mann. Untergefallen? Ja. Ich komm. Jo, was passiert? Da bin ich gar nicht drauf klargekommen, Leute. Ich hab auch nicht plötzlich das ganze Gebäude kaputt gegangen. Ey, Digga, auf einmal, hä? Aber das Bock, Freunde, also wenn ihr die auch bespielen wollt, gönnt euch. Let's bleed. Ja, einmal, wenn ich jetzt gekillt. Ja, wenn wir sehen können. Willst du? Ja, okay, komm. Eine Runde noch. Natürlich, Digga, hä? Ist das ein ekliger. So ein Glück gehabt, Digga. Egal, ich hab trotzdem gewonnen. Ich hab trotzdem gewonnen. Freunde, wenn euch das Video gefallen, lasst einen Like an den Abdoern. Checkt geil aus. Lass du nicht immer sagen, das ist 4.5. 3.5. Peace. 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 Peace.